Wir haben uns bewusst entschieden, eben nicht zu schreiben, wir waren da, wir waren da und dann waren wir da, sondern wir haben versucht, einzelne Episoden, die sehr eindrücklich waren, für uns rauszustellen. Und wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Steffi erzählt über die einzelnen Länder, die wir bereist haben, dass man hoffentlich einen Eindruck davon bekommt. Wir haben uns auch mit ein paar Reisetipps verknüpft und persönlichen Highlights und ich schreibe so ein bisschen, wie dieses Jahr uns verändert hat. Und zur großen Freude meines Vaters, den ich so gerne liest, sind ganz viele Bilder drin.